Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Movie Video Game 2 Wir sind hier in Harmoniestadt und haben schon ziemlich viel erkundet Aber machen wir natürlich immer noch weiter, weil wir noch nicht fertig sind Wir haben praktisch hier gerade erst angefangen Ich habe einmal die ganze Stadt abgelaufen, also die Hauptstadt Das Hauptstraßensystem Jetzt sind wir gerade so in der Nebenstraße gelandet Und guck mal, was es hier noch alles von uns gibt Ich weiß, dass wir ins Wasser jetzt mal müssen Was wir jetzt auch gleich mal machen werden Oh, wir haben hier noch eine Blume Kleine Pflanze, natürlich Oder Eichhorn Und dann haben wir hier unten Vielleicht noch was Abtauchen Ähm, das hier kann ich alles nicht scannen Aber ich habe hier doch irgendwas gesehen oder nicht Erstmal das hier machen Okay, wir machen jetzt schon wieder 100 von den Dingern Also über 100 120 um genau zu sein Super Relikt Splitter Äh, hier war doch gerade ein oder ist der hier an der Oberfläche schon? Hat sich hier gerade geleuchtet Achso, ist hier, okay Gut, das war an der Oberfläche Sehe ich einen Ähm, hier gibt es noch mal was zu tun Müssen wir wahrscheinlich für, ähm, Aquaman seinen Dreizack holen Der steht ja hinter uns Also, da Weiß nicht, ob man ihn gerade gesehen hat Hier brauchen wir den Anti-Kraggle-Typ Also Micromanager Ah ne, Micromanager Bitte aufbauen, danke So, haben wir auch geschafft Gibt Teile Danke Dann kann ich noch nach hinten laufen Gucken wir mal, wenn wir noch was scannen, wirst du noch auf dem Weg Wenn wir das gemacht haben Also erstmal können wir hier das Kiste mitnehmen Dann können wir noch mit Mit wem müssen wir gerade reden? Mit Green Lantern, glaube ich Genau Dann müssen wir wahrscheinlich, werden wir schon durch die Stadt gescheucht Dass wir da mit allen Leuten reden, allen Leuten helfen Bis dann alles super ist und dann, ähm, ja Gucken wir mal, dass wir irgendwie weiterkommen Oh, hier ist ein Burgerladen Wir müssen, wird hier was fehlen? Okay, da ist anscheinend nichts zum Scannen Den habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen Da hatte ich einfach Glück, dass ich, äh, zum rechten Zeitpunkt an der rechten Ne, zum rechten Zeit am rechten Ort war Es war einfach nur Glück, dass ich ihn hier eingesammelt habe Also ich muss sagen, das ist bisher die, ich sag mal, langweiligste Welt Weil, äh, die ganzen Sachen sind halt irgendwie nur hier hinter versteckt Und das war's Genug Meisterstücke eingesammelt Ich hab gefühlt nicht mal die erste Crash, also ich hab die erste Crash angefangen und auch gemacht natürlich, aber Ja, wie gesagt, also man könnte auch sagen, ich hatte noch nichts gemacht und ich hab schon fertig Man kann es einfach bekommen, die einfach nur durch die Welt läuft Ah, gut, äh, was erwartet man auf dem Spiel Jetzt kommen wir auf die anderen Welten auch, aber auf die anderen Welten war es halt irgendwie so Gefühlt, dass du nicht, ähm, so schnell da überall rangekommen bist Ja, okay, super, dass ich ihn hier nämlich bekomme Find ich mal wieder super Ich mein, wir haben ja jetzt genug Geld, aber trotzdem Möchte ich gerne das Geld haben, was es, äh, auch zur Verfügung gibt Ah, hier gibt's noch was, nice Oh Grilltisch 1 Grilltisch 2 Und Grill wahrscheinlich? Nee, Grilltisch 3, okay Okay, das ist ein Hotdog-Tisch So eine Hotdog-Station, wie man es so nennen möchte Dann haben wir das gemacht, dann können wir mit der Seilrutsche noch fahren Ja, oder Seilbahn Nennt man das, nennt man das Fahren? Was ist da hinten? Ist da ein Schiff? Wie sehen wir ein bisschen aus wie ein Schiff da hinten? Wenn wir das hier machen, dann kriegen wir noch den Letzten hier Was ist da hinten? Möchte ich den nicht? Was ist das mit der Mission zusammenhängt? Und irgendwas anderem Mein Haus könnte wirklich eine Neustadt vertragen, Lust mir zu helfen? Jo, klar mach ich gerne Danke Kumpel, und das ist sogar mein Lieblingshaber, woher wüsst du das nur? Ich hab einfach random Farben gedrückt und das Spiel sagt einfach Obwohl es nicht unbedingt Teil unseres Plans war, der Justice League bei der Hausarbeit zu helfen, gelang es uns zumindest keine ungewollte Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen Ähm Ich weiß nicht, was ich hier machen soll Ich bin jetzt mit der Person hier zusammen Egal, gucken wir mal weiter Den werden wir bestimmt noch irgendwie bekommen Ist er in der Luft vielleicht? Ne, dann weiß ich auch nicht Werde ich schon irgendwie rausfinden, hoffe ich Wir gucken mal Nein, das war falsch Guck mal kurz Was uns hier noch alles fehlt Ne, das war ja Hier rauf Ich darf ja nicht den Y drücken Ahm, hier und Da Harmoniestart Harmoniestart für uns noch vier Sachen Ein Scheinwerfer Ein Ich würde mal tippen Lautsprecher Ein Ein Brett Ein Regenschirm Oder ein Schirm Und noch eine Blume im Topf Also drei Blumen im Topf Und nicht im Topf, aber auf dem Boden eigentlich Ja Ja, gucken, was da noch Äh Ob wir das noch finden Oh man, ich bräuchte einen leistungsfähigen Rasenmäher Um hier mit fähr zu werden, bringst du mir ein Jo, kann ich gern machen, den hab ich nur schon gefunden Hehe Tja Kein Hehe mehr Hallo Und bumm Gib Geld, gib Geld, gib Geld Meere liegt Ernsthaft, ich muss das nochmal machen Gemeines Spiel Achso, ne, ich wollte bauen Das mach ich nicht mit B, mach ich mit A Und schon wieder alles zerstört hier So gehört sich das Spiel Dunk Und weiter geht es Und mit dem Rasenmäher zum hinfahren Die Hupe ist nicht sehr beeindruckt, muss ich sagen Hab ich schon gefragt, was ich hier machen soll Aber den da hinfahren natürlich so Wow, genau was ich brauche Vielen Dank mein Rasenmacht Bald alle Grünverneid Guck mal ein Zehner Nice Kann ich eigentlich den da auch scannen? Nö, warum auch Wen haben wir hier? Lex Luthor, der nicht zur Justice League gehört Aber gut Was soll ich für dich tun? Ich hab dir schon einen Kaffee gebaut Aber mir fehlt noch ein auffälliges Schild Könntest du mir helfen? Klar kann ich es machen Das Kaffeeschild Missionsobjekte Kaffeeschild Drehen Prächtige Arbeit Als Dank für deine Mühe Verrate ich dir, dass die Ceremonie nach der Nacht stattfindet Sonder Was? Versteh nicht? Bevor du gehen könntest Bevor du gehst Könntest du Diesen Smoothie zu meinem neuen Kumpel Superman bringen? Er solltet dir auch helfen können Deinen Piratenfreund zu finden Smoothie Okay, guck ich hin Der ist nicht so weit weg Ja super, danke Hallo Supes Lex hat dich zu mir geschickt Damit ich helfe Wie könnte ich da Nein sagen? Okay Keine Angst, ich helfe dir dabei Zu deinem Piratenfreund oben auf die Pügel zu gelangen Upsi Wir konnten nun Eisenbad erreichen und hofften, er würde uns helfen herauszufinden, was vor sich ging Ich sehe aber gerade, dass wir noch neue Aufgaben bekommen, also Nebenaufgaben Willst du euch die erstmal machen? Okay, nehm ich dann, dass hier nur die Dinger drin sind Die habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht Genau Will ich denn dann erstmal die Nebenaufgaben machen? Ich würde sagen, ja Vielleicht finde ich dann hier noch was Neues raus Ich würde gerade sagen, also wenn ich hier einfach hoch springen kann, dann ist das relativ witzlos, dass ich dann erstmal das mit Superman machen würde Weil dann kann ich einfach hoch springen Hallo Mein Album ist kein Album, wenn da kein Foto von einem Cyborg drin ist Kannst du eins mit mir schießen? Klar kann ich das machen Ich glaube, du bist Drück X und angreifen Okay Aber doch Ey, die spawniert schon neu? Ja, mit dir soll ich helfen? Äh, wo war ein Cyborg? Ah, hier Okay Ich bin einfach blind gewesen Und angenehm, na? Die Bat war doch sehr cool Gibt noch eine Aufgabe für mich? Na klar, ich möchte noch mit Ähm Reden Weißt du, ich hab gehört, dass Ackmann in der Nähe ist Kannst du ein Foto machen? Klar Den hab ich auch schon gesehen Ja, aber ist ein bisschen weiter weg leider Dann können wir mal dieses Cabrio stehen Einsteigen, nicht Charakterwechsel Es ist sehr nüchtern langsam, muss ich sagen Voll nicht mit dem Rutsch Ich dachte, das ist richtig los Oder so rum Huhu Nicht so spannend Da oben war ich gar nicht drauf, ne? War ich gleich ein Trampolin für Weil das ist ja auch sowieso nur das, äh So eine Kiste Ey, ich glaube, es lohnt sich gar nicht damit zu fahren Ich glaube, das ist gar nicht viel schneller als einfach nochmal sprinten Natürlich springen schon, aber nicht als sprinten Ich meine, so sind wir gefühlt nicht langsamer Das kommt mir jedenfalls nicht so vor Ähm Kamera Okay, diesmal haben wir nur das bekommen Dann könnt ihr doch gleich mal helfen, ne? Wo hab ich das nur besser gelassen soll Ist das passiert diesmal, wenn ich an die Oberfläche komme Weißt du, wo er sein könnte? Ey, jo, das weiß ich Ich find so cool, das Spiel mir einfach so direkt markiert Als hättest du gar kein Vertrauen in mich irgendwas zu finden Ach, komm, man sei ein Dreizag Hallo Mein Dreizag, danke, dass du ihn gefunden hast So langsam fühl mich wieder normal Ok, jetzt lasst du die Prübel Die fündliche Wache kommt, um uns zu bekämpfen Unerhört Warum sollten die das machen? Gut gemacht, du hast uns nicht auf dem trockenen sitzen lassen. Vielen Dank. Gerne. Bisschen Geld mitnehmen. Dann viel Spaß Aquaman. Dann gehen wir uns nach da oben zu der wahrscheinlich Köchin mit dem Grilltisch. Shen, sind ja drei. Was soll ich denn für die machen? Hallo, werte Köche. Ich habe alles, was ich für's Grill brauche. Außer einen Grill. Hilfst du mir ja nur zu bauen. Klar, mache ich. Ich habe mich schon gefragt, wo ist denn der Grill hier? Okay, der Grilltisch ist extrem ganz schnell. Der Grill ist einfach so klein. Ja, genau richtig. Jetzt muss ich nur noch lernen, wie man grillt. Aber wie schwer kann das schon sein? Ja, bestimmt schwer. Pirater werden ist sehr cool. Noch eins für unsere Piraten-Dörflein. Die Aufibertunnel freue ich mich auch schon. Die sieht auch cool aus. Dann gehen wir runter. Reden mit der Person, die hier vorne ist. Ich erwarte, dass ich da direkt gegen fliege. Was möchtest du? Ich soll was überbringen. Ich will ein Plakat für die Party in Harmoniestadt aufhängen. Hilfst du mir? Achso. Ist das ein Sticker? Wow, ein Plakat. Wie aus dem Möbelbuch. Danke für deine Hilfe. Haus und Harmoniestadt. Gelb. Anzweifeln, dass die so aussehen. Der hat ja gut gekloppt. Das ist da oben in der Ecke. Also es guckt auch nur in der Ecke raus. So. Wenn noch eine Quest da hinten. Wie kann ich dir helfen, Bauer? Ah, meine Flens mitkämpfen mich. Mein viertstummster Albtraum. Okay, und was ist der Rest? Du kannst schon sagen, wieso krieg ich denn jetzt für jeden schon irgendein Ding? Ha, die hast du aber zurecht gestutzt. Jetzt sollten wir mal versuchen, hier Wurzeln zu schlagen. Achso, in sieben Versuch. Also, ja, vielen Dank, Kumpel. Also, gerne. Das ging jetzt nur sehr schnell. Wahrscheinlich ist dann der Typ wieder, der irgendwelche Bilder haben will. Ist das eigentlich hier? Wie heißt der? Also, Robin von Batman and Robin. Hat in seiner normalen Form. Ich glaube, Gray Dixon heißt der einmal. Ich wollte ein Foto von Flash machen, aber er ist so schnell. Können wir es nur versuchen? Ja. Okay, das kann ich gerade nicht machen, weil er auch da hinten ist. Dann mach ich erstmal den Rest hier. Brech deine Aufgabe erstmal wieder ab. Weil wir können ja nicht einfach so eine andere Quest machen. Äh, und hier einfach weitergehen, ohne die andere Quest auch noch angefangen zu haben. So viel Einladung. Bis ich die Alvertrag habe, ist doch die Party längst vorbei. Könntest du mir ja nicht so überhelfen, damit ich schnell gehe. Ja, klar mache ich. Blauer Brief. Okay. Der ist jetzt. Ja, super, danke. Gar für hier hinten. Das kriege ich, glaube ich, gerade mal so hin. Eine Party. Ich bin dabei. Okay, die Quest ist auch wie komisch. Hey, hier, ich habe einen Brief. Bringst du mal kurz weg? Äh, machst du das gleiche? Nochmal. Ähm, ja. Kannst du mich zurfen? Doch, das habe ich. Rosa Brief. Aber ist immer ein anderer Brief, immer. Das heißt immer. Weiß ja gar nicht, ob immer ist. Aber auf jeden Fall, diese beiden Mal war es ein anderer Brief. Kann natürlich sein, das sind jetzt auch wieder blaues. Irgendwie kurz langsam geworden. Ich glaube, weil ich das Dick leicht, äh, äh, versucht, äh, nicht mehr gedrückt habe. Nicht versucht, ich habe einfach nicht mehr so stark gedrückt. Yeah, Party. Danke. Gerne. Und noch eine Aufgabe. Muss man hier dahinten? Hast du vielleicht eine bessere Aufgabe, wo ich nicht immer 13 Mal selber machen muss? Okay, doch, da ist ja schlecht sehen. Dafür muss ich fliegen können. Kann ich noch nicht, auf jeden Fall. Diese Häuser sollten sich ganz leicht verkaufen lassen, sobald sie stehen. Hilfst du mir dabei, ein paar total stylische Wunder zu bauen? Kleines, rotes Haus, Harmonie-Stadt. Uh, gerne. Moment, das war ja falsch. So, so. Danke. Diese Häuser werden mir ein Bildschirm für Stümmchen bescheren. Es sei denn, jemand findet heraus, wie einfach es ist, er so einfach selbst zu bauen. Hm. Diese Häuser sollten... Okay, ja. Okay, verstehe. Das ist falsch rum. So. Willst du auch richtig rum machen? Danke, ja. Ich sag mal, dasselbe. Okay, das ist jetzt auch echt nervig, dass das schon wieder dreimal dasselbe ist. Ja, mache ich. Lila Haus, okay. Das hätte man sich auch sparen können. Das hätte man eine Aufgabe machen können. Hey, mach mal alle dran, dann kriegst du einfach drei Stück dafür. Hm. Ich glaube, so rum ist das richtig rum. Danke, diese Häuser werden mir ein Ja. Okay. Gut, ich hoffe, dass wir doch nur noch ein Briefchen verteilen müssen. Okay, da oben, wie gesagt, das fliegt. Das kriege ich gerade noch nicht. Ich habe irgendwie erwartet, dass ich schon dran war. Aber nein, war ich anfänglich nicht. Da musst du erst mal wieder Tempo aufbauen, um da ranzukommen. Mega-Relikt mal wieder. Nice. Zehner, ein paar Tausender. Ah, ja, Geberbrief, so viel Ahnung. Ja, bla bla bla. Wie hier hin? Super. Das ist der dritte Brief. Ich hoffe, es gibt mich noch einen vierten. Das würde mich echt freuen. Dann können wir wieder mit dem Typ wieder reden und das Foto vom Flash machen, den wir bisher noch gar nicht getroffen haben, weil er in dem Preis noch nicht sind oder waren. Aber da können wir ein bisschen auch gleich hin. Ich möchte einfach nur irgendwie da den Weg hoch benutzen, den regulären. Melonenmann. Oh, das war ein Ehrenmann. Oh, eine Party. Oh, das ist interessant. Wie haben wir jetzt eigentlich schon? Ja, 32 schon. Echt viel, obwohl wir praktisch nichts gemacht haben. Gibt es auf der Karte noch irgendwas? Nö. Also, das ist das Einzige, was uns fehlt. Dann haben wir noch diesen oberen Bereich und dann sind wir auch schon fertig. Tja. Das ist nicht so gut für dich, Freund, ne? Hallo. Komm. Dass man die auch wegschieben kann, ist so dumm. Warum denn? Warum soll ich das wegschieben? Weil ich will es einsammeln spiel. Ja. Das kriege ich hin. Dann machen wir erstmal weiter. Ähm. Das hier ist mäßig cool, muss ich gestehen. Gut. Das funktioniert es gerade nicht. Weil das hier ist wieder da. Das sollte nicht da sein. Vielleicht hätte ich es den ganzen Weg nach oben machen sollen. Dann würde ich sagen, wenn ich in den Part, und ich gucke mal, dass ich hier irgendwie das Level neu starte, also rein und raus gehen, ob das hilft. Mal gucken. Ich will jetzt mal sagen, ich habe es so geflogen. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.